Okay, nächste Welt. Dann schauen wir... Ah, nein, das ist wieder so ein Kack. Ja, okay. Entschuldigung. Diese Einerdinger, ne? Ich kann sie nicht haben. Ja, ich komm da, ich komm da. Ich bin da zu zögerlich. Ich bin da viel zu zögerlich, auf diese Einerdinger zu springen. Fuck it. So, abwarten. Rüber. Abwarten. Scheiße. Ah, der ist nicht gesprungen, Mann. Was ist das denn, R2-D2 da vorne? Äh, was? So. Warten. Warten. Der springt nicht, der springt nicht. Ich muss... Scheiße. Ich muss kurz ein bisschen warten. Ne? Ich muss kurz immer ein bisschen warten, bis das ein bisschen runter geht und dann kann ich springen. Weil so macht das keinen Sinn. Das Gute ist, dass wir am Anfang immer vier Level haben. Äh, vier Dinger. Siehste, da muss ich nämlich ein bisschen warten, damit der sich stabilisiert, weil anders springt der da nicht rüber. So. Okay. Oh. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Kann man hier rein? Aber ich könnte noch mal hier hin. Da ist noch mal so ein R2-D2. Komm, gib mir das. Ja, oder das. Ist auch schön. Da kommen wir nicht hin. Das versuche ich erst gar nicht. So. Pass auf. Ich versuche noch mal ein paar Punkte mitzunehmen. Ah, oder so. Das geht auch nicht. Okay. Ach so. Die muss man ja zweimal... Oh Gott, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, was hier jetzt die Phase ist. Okay. 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 Da haben wir ein Dings. Ein Portal. Soll ich das nehmen? Ich kann ja wieder zurück, ne? Hoffe ich. Ich schaue einfach mal. Rup. Ah. Sehr schön. So, aufpassen. Nicht da runter, weil ich nehme hier den safen Weg. Ich muss da runter. Okay. Ja, das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Verdammte Scheiße. Fick doch dieses Spiel. Ich meine natürlich... Hey, ja. Das macht so einen Spaß hier. Hey, ja. Es ist ein Jumbo-Plezier, immer zu verkacken. Es ist echt ein Jumbo-Plezier. So. Das kriegen wir momentan gut hin. Ich würde wieder nach oben gehen. Erstmal nehme ich hier die Münzen mit. Dann wieder da drauf. Dann einmal hier. R2-D-Zoom. Moinsen. Boom. Komm, gib mir irgendwas zum Schießen. Hä? Was? Was? Ach, weil der nochmal explodiert, oder was? Ah, ja. Leco-Miogrande. Leco-Miogrande. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Der explodiert ja... Ah. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. So, schnell weg hier. Okay. Ah, ein Schild. Okay. Kann man mal mitnehmen, ne? Ja, das ist jetzt so. Hä? Jetzt geht er da runter? Willst du mich verarschen? Okay. Zack. Zack. Bi-bi-bi-bi. So, Konzentration. Jetzt einmal hier. Das haben wir ja vorhin auch so gemacht. Dann so. Dann so. Dann sind wir hier. Dann sind wir hier. Gut, das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Oder? War kacke. Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? So. So. Okay. Ja, okay. Da kommt aber jetzt nichts mehr, okay? Komm, gib mir was zum Schießen, Junge. Ja, okay. Ah, ja, 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 ja. Ich bin gerade so. Okay. Okay. Das setze ich direkt mal ein. Alter, ich bin gerade so, ne? Okay, wir können hier. Ah, guck mal hier. Ah. Okay. Oh, Gott sei Dank. Oh. Immer diese Geheimnisse, ne? Hier gibt es voll viele Geheimnisse. Ah, hier ist wieder so ein Warp-Dingen. Oder? Ja. Game saved world warped. Jetzt bin ich mal gespannt, in welche Welt wir kommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber wir sind direkt in Level, wir sind direkt in Welt 5. Äh, was? Äh, 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 bitte was? Bitte was? Okay, das war knapp. Oh, Gott. Das war auch knapp. So. Hilfe. Komm ich da nicht hoch, oder was? Okay, ich komm da nicht hoch. Oh, die sehen ja sehr, sehr gut aus. Okay, das ist, das muss man direkt timen. Ah, fuck it. Oh, Junge. Ach, die schießen auch. Scheiße. Oh, Gott. Die Unterwelt. Ach, guck mal, er. Der alte Kackkiefer. Der alte Kackkiefer. Komm, gib mir ein Schild oder so. Ah, ein Schild haben wir schon. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Okay, ich geh nochmal zurück. Den kann ich nicht irgendwie treffen, ne? Ah. Ja, okay. Ah, wir müssen nach oben. Okay. Ich will versuchen, den irgendwie zu treffen, aber da haben wir ihn. Okay. Zack, 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 zack. Ah, guck mal, Cannonball. I came in like a cannonball. Ah, nee, das war ja was anderes, ne? Lass mich rein, da können wir nicht drauf springen. Okay, wir können es auch nicht. Uppah. Junge, 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 Junge. Ja, das war dumm. Mist, das war dumm. Ah, guck mal, die Schlange ist aber noch dieselbe geblieben. Ah, schön. Scheiße, fuck. Fuck it. Warte mal. Ich schau nochmal hier, aber ich glaub, hier gibt's nur noch Münzen, ne? Oder? Ja, Münzen. Hey, Münzen. Scheiße, das war jetzt dumm von mir. Ach, das geht tatsächlich so weit. So. Okay. Rüber. Okay, wer ist er? Bitte komm nicht runter. Nein. Oh. Nein. Nein. Nein, weg hier. Ah, was war das denn jetzt für eine Kacke? Eieieie, Junge. Okay, scheiße. Uah. Aber wir haben es geschafft. Alter, willst du mich verarschen? Alter, lecko mio. 4 von 50. Das wird auch nicht gemacht, dass die 10 erreicht haben. Ja, gut. Ja. Okay. Perfektes Timing. So. Hier gibt's wieder Münzen. Blub, 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 blub. Dann geh ich mal hier runter. Ich versuch's mal von hier. So, wenn der wieder runter geht. Jetzt springen. Und einmal hoch. Ah, okay. Ich sehe schon. I see, I see. Oh Gott. Das ist ja nix für mich hier, ne? Okay, ich dachte, man kann da irgendwie rein. Aber das ist, glaube ich, einfach nur so ein Safe-Ding, ne? Okay, da kann man nicht rein. Ja, der Vogel ist natürlich jetzt Kacke, ne? Ja, da müssen wir warten, bis der oben ist. Damit wir direkt durchspringen können. Na, warte mal. Ich warte nochmal. So, ich geh mal hier lang. Oh, Junge. Äh, Party oder was? Was geht denn hier für eine Party? Oh Gott. Hilfe. So, tschüss. Ah, da ist wieder so ein... Ah. Rupp. Oh. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Das Blöde ist, ich weiß nicht, wie es da unten weiter aussieht. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ai, ai, ai. Ah, Junge. Mein lieber Herr Gesangsverein. Da ist schon wieder so ein bombenwerfender... Scheiße, fuck it. Ja. Aber ich wollte hier gucken. Okay. Schlange, Fledermaus. Hier ist alles vertreten mal wieder. Ja. So. Hallo. Tschüss. Äh, da können wir nicht dran springen, ne? Doch. Können wir. So, tschüss. Hä? Ach, fuck it. Darauf habe ich nicht geachtet. Ja, die Kackbombe, ne? Ja, die Kackbombe, die wurde... Und zum Verhängnis. Ja. Ich... Frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht. Äh, die miese Bombe. Goddammit. Darauf habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. So, zack. Hier hatten wir nur Münzen, ne? Oh. Gut. Da nehme ich die nochmal mit. So. So. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Hier waren wir ja gerade schon. Der spuckt da wieder. So, zack. Dann weg mit dir. Können wir hier rechts eigentlich weiter? Ne. So. Warten. Hoch. Warten. Hoch. Warten. Hoch. Warten. hoch. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. Ah, guck mal. So. Zack. Ja, da ist wieder der Bombenwerfer. Ah, fuck it. Ja, da muss man echt aufpassen jetzt, ne? Da müssen wir jetzt echt aufpassen. Da war schon wieder eine Bombe, da ist auch schon wieder eine Bombe. Ich würd den gerne erstmal genau wegmachen. So, dann kommt er hier. Oh Gott. Das wär's ja jetzt schon wieder. Tschüss. Wär's ja jetzt schon wieder gewesen. Mein heiliger Bim Bam. So. Das hätten wir. Das hätten wir. Ich würd gern warten und auf den springen. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Wir müssen echt auf die auf die Bomben jetzt achten. Ah, scheiße. Ich wollte eigentlich auf den... Fuck it. Ah, ich wollte eigentlich auf den... Ah, Mist. Scheiße, ja. Ich wollte auf den drauf springen. Scheiße. Fuck it. Ah, die Unterwelt, die gefällt mir gar nicht. Das war... Ja, komm. Egal, 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 egal. Ja, gut. Wir wissen ja jetzt zumindest den... Ja, mehr oder weniger den Weg. Zack. Dann versuchen wir es jetzt nochmal mit voller Konzentration. So, zack. Da sind nur Münzen. Das ist eigentlich egal. Scheiße. Da war ich zu langsam. Ach, Mann. Das gibt es doch nicht. So. Oh, Junge, 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 Junge. So, ich gehe direkt da drauf. Zack. 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 Den direkt weg. Scheiße, das war dumm. Komm. Ach, was. Okay. Ich würde... Ach, Mann. Ich würde die gerne wegmachen. Weißt du, wie ich meine? Protection. Oder auch nicht. Scheiß, was drauf. Tschüss. Gut, dann wären wir wieder hier. Das kennen wir ja bereits. Ah, ich habe immer Schiss, dass ich in diese... Verdammte Lava da fall. Ich gehe einfach, komm. Scheiße. Der hat mich angesprungen. Der Hund. Ja, scheiße. Fuck. Fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das ist doch nicht mehr... Das ist doch nicht mehr feierlich hier. Ja, okay. Ja, scheiße. Weiß nicht, was das sollte. Ich sollte meiner Linie treu bleiben. Nein. Ach, Mann. Jetzt werde ich gerade ein bisschen übermütig, ne? Jetzt werde ich gerade ein bisschen übermütig. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Okay, die Unterwelt ist echt heavy. Da musst du halt so krass timen, ne? Wenn man das mal sieht, wie... Wie knapp das immer ist, wenn ich da springe, mit den Feuerdingern, so, auf den Käfer scheiß was drauf. So, zack. So, zack. So, Vogel, ciao. Oh, diese Kackbomben. Fuck it. Ach, Mann. Vor allem das Problem ist, dass das immer mehr Viecher werden, ne? Das ist auch so ein bisschen das Problem. So, da war ich mal ein bisschen mutig. Hier war ich auch mal ein bisschen mutig. Wir können eigentlich direkt ein Zweier schaffen, aber... So, ich warte erst. So, zack. So. Kommt da wieder die Bombe. So. Da kommt wieder die Bombe. Ah, fuck it, fuck it, fuck it. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, einfach weg hier, komm. Weg hier. Ah, je, 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 je. Das kriegen wir jetzt noch gerade so hin. Fuck, scheiße. Ach, Mann, wie doof bin ich denn? Ah, wie doof war ich denn da jetzt gerade schon wieder? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß... Ich weiß doch, dass die Dinger da kommen. Ah. Einfach nur despacito. Oh, ja. Scheiße, was drauf hier. Hm. So. Ich warte. Ich warte. Und ich warte. Okay. Kategorie nicht der beste Run. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wie lange, wie lange das, wie lange dieses Level ist, ne? Das ist halt auch so das Problem. Ich glaube, wir haben gerade erst mal einen Bruchteil gesehen. So, ich mach wieder hier, ne? Unsere Safe-Taktik. So. Zack. So, schnell, bevor der Käfer da wieder angeschissen kommt. Fuck it. Oh, Gott. Hä? Was? Willst du mich quatsch, oder was? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ma... Ja, okay. Gott sei Dank. So, nicht aufregen. Konzentrieren. Konzentriert bleiben. Da ist der alte Male-Käfer. So. Ich bin mutig. Ich bin sehr... Scheiße. Das war dumm. Das war sehr, sehr dumm. Oh, Gott. So, zack. Jetzt hat er da schon wieder eine Bombe platziert. Okay. Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Schnell weg hier. Was auch so ein bisschen... Was auch ein bisschen hier so fehlt, sind so Checkpoints, ne? Das ist halt so... Ja, das fehlt mir ein bisschen. So. Unter. Nein, nicht mit mir. Not today, my friend. Scheiße, ich muss auf die Dings achten. Das war... Ach. Mann, das gibt's doch nicht. Ich wollte auf den draufspringen. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mal, willst du mich verarschen jetzt hier, oder was? Ach, ey. So. Egal, nicht aufregen. Weitermachen. So, zack. Das ist der alte Kotze-Kiefer. So, hoch. 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 Warten. Ja, da kommt nämlich Mr. Bird. So. So. Zack. Und dann gehen wir hier durch. Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es. Kacke. Ach, Mann. Das gibt es doch nicht. Alter. Wir verkacken immer an derselben Stelle, ne? Immer an derselben Stelle. Oder fast immer an derselben Stelle. So. Zack. 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 Ah, ich warte erst. Genau. Genau deswegen. So. Jetzt müsste er wieder kommen. Genau. Jetzt ist er wieder da. Ja, das ist mir zu heikel noch. Scheiße. Ah, Despacito. Ach. Ja, so langsam. So langsam macht sich wieder so ein leichtes, genervtes Gefühl breit. Ne? So ein leichtes, genervtes Gefühl. Ah, mit Checkpoints wäre das halt wesentlich angenehmer. Aber wir wollen uns hier nicht beschweren. Scheiße, das war... Oh Gott, da habe ich aber jetzt nochmal Schwein gehabt. Alter. Ja. Fuck it. Scheiße. Oh, ich muss... Warum mache ich denn nicht direkt nach rechts? Die Gefahr ist doch dann gebannt. Oh, ich kapiere das nicht. So. Zack. Dann wieder hier runter, Junge. So. Spring. Spring. Schnell weg von dem alten Kotze, Käfer. So. Jump. Jump. Warten. Warten. Jump. Jump. So. Zack. Scheiße. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. So, jump. So, tschüss. Oh. Hier wäre ein Checkpoint gut, ne? Hier wäre echt ein Checkpoint gut. So. Oh. Fuck it. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Okay. Tschüss. Macht das Sinn? Ah, scheiße, ey. So. Hier ist wieder die alte Natter. So. Ja, mit den Münzen. Okay. Jetzt müssen wir auf Bomben aufpassen. Ah, scheiße. Ah, die Bomben werden... Ah, warte mal. Den kann ich hier töten. Dass wir den schon mal weg haben. Pass auf, das mache ich jetzt auch. So. Dann ist der nämlich schon mal weg. Jetzt haben wir nur noch Bomberman hier. So. Zack. Okay. Oh, Gott. Ah, Dankeschön. Hahaha. Oh, Gott. Oh. Der ist ganz schön, ne? Schnell unterwegs, der Liebe. Okay, muss ich jetzt hier weiter? Oder was ist los? Den Sprung schaffe ich niemals da hoch, ne? Ne. Ja, da kommt man bestimmt irgendwie, ne? Ach, du Scheiße. Ja, leckum mio grande. Ja, leckum mio grande. So, Konzentration, Konzentration. Oh. Oh. Komm schon. Ja, Gott sei Dank. Ich nehme noch mal ein paar Münzen mit, ne? Oh. Okay. Was bringt mir das jetzt, damit ich da hochkomme? Und, äh. Ah. Okay. Sehr, sehr geil. Oh, das brauchen wir jetzt. So. Aber die 100 Münzen werde ich nicht erreichen. Ne, da komme ich nicht weiter hoch. Alles klar. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Oh. Junge, Junge, Junge. Hui. 5 von 50. Sehr schön. Oh, Gott. 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 Junge, 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 Junge. Aber, endlich haben wir es geschafft. Endlich eine andere Welt wieder. Äh. Oh. Hätte ich eine andere Welt wieder? Oh, 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 ja. Hier und da und Pipa-Bohren hast du nicht gesehen. Okay. Ich würde da gerne lang gehen. Ne, ich, ich, ich traue mich. Mittlerweile traue ich mich schon ein bisschen was. So, das sind hier die alten Blasebalken. So, zack. Zack. Und dann einmal hier. Komm, gib mir das, gib mir das schwarze, die schwarze Traube. Ja, okay. Besser als nichts. Die schwarze Traube der Vernunft. So. So, tschüss. Mist. Okay. Ah. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah, schau mal eine an. Ah, warte mal. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen. Hallo? Hä? Der rennt gar nicht. So, jetzt aber. Und ab nach oben. Okay. Dann schauen wir mal. Ah, ein Schild wäre... Ja. Ja, das wollen wir doch. Können wir nicht einfach abhauen jetzt hier? So. La, 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 la. Tschüss. Gut. Funktioniert nicht. Können wir auch einfach runterspringen, ne? Weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas haben. Nee. Ja, gut. Münzen, die könnte ich nochmal mitnehmen. Ah, wir sind aber... Wir sind ein bisschen scheiße in Zeit. 130 Sekunden noch. Oh Gott. Das wird knapp. Das wird ein knappes Ding werden. So. Nochmal eine 50er Münze. Scheiße, fuck. Ja, ich hätte das sofort weg machen sollen. Ah, fuck it. Ja, gut. Hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können. Gut. Ich mach das trotzdem nochmal hier, ne? Das war dumm. Das war dumm. Ja, das mit dem Abwarten und so, ne? Wie war das nochmal? Ja. Ja. Das ist immer so eine schwierige Sache. Aber okay, pass auf. Ich will halt die Münzen mitnehmen in der Hoffnung, dass wir die schwarze Traube wieder bekommen. Weil die ist ja echt Killer. So, zack. Ciao. Bitte. Ein Schild. Mist, jetzt hab ich das gewastet, ne? Weil wir ein Schild schon oben hatten. Ah, ja gut, okay. Ja, gut, okay. Nichtsdestotrotz fühl ich da dann auch nochmal gerne hoch. So. Mist. Was ist denn hier die ganze Zeit am... Achso, das ist die... Sie ranke, ne? Sieht ein bisschen aus wie Bambus, muss ich sagen. Ne? Scheiße, ich komm da jetzt nicht hoch. Fuck it. So, jetzt aber. Ah, Gott sei Dank. Ja, vorhin hatten wir noch den anderen Stein da. Da ging das ja noch. Ah, gut. Besser als nix. Ich geh mal wieder so runter, ne? Ja. Gut, dass hier, ne? So, tschüss. Ja, komm. Wir haben 150 Sekunden. Wir müssen uns ein bisschen sputen, glaube ich. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder hier unten. Mein Gott. So. So. Und dann so. Und dann einmal bitte nach oben. So, jetzt machen wir die Dinger, machen wir das Ding sofort weg. So. Okay, wieder like a cannonball. Scheiße, ich hätte springen sollen. Fuck it. Ach, Mann. Ach, Mann. Also, rennen. Ich hätte rennen sollen. Ach. Schism. Schism. Like schism. Nichtsdestotrotz würde ich gerne, ne? Wieder hier einmal. So, zack. Und zack. Einmal hier. Ja, sehr schön. Okay, jetzt müssen wir uns konzentraten. Warum kommt die denn jetzt hier runter? Was soll das? So, ich gehe jetzt mal nicht hoch. Ich gehe mal jetzt nicht die Bohnen ranke hoch, weil wir da soweit jetzt alles... Wir haben ja auch alles voll, was Upgrades angeht. Schild haben wir. Die schwarzen Beeren haben wir. Okay, Konzentration. So, nochmal Münzen. Okay. Oh, fuck. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Scheiße. Fuck. Scheiße. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass man da drauf springen kann. Ach, leck mich doch am... Ach. New Highscore. Ja, was nutzt mir denn New Highscore, wenn ich hier weiterkomme? Man. Maaan. Ja, was nutzt mir. Ja. Ja. Ja.